Wettel in drei Euro so wie jetzt sind sie alle weg jetzt sind sie weg wenn ich mir leid so nicht wie der Fall immer noch wo war das Torst ich verstehe die Kürze an da fällt wieder ein Sanderer von denen oh, jetzt kommt wieder, ich bin negativ da unten und da hat der rechts, lass den rechts weg machen, der auf ist den meine ich oh, ich hab einen Max auch ein Rettet gegeben, die sind nicht schon freigelaufen, geil ist denn tot? sind noch er da? da ist ein Nickel assist da hinten der Lightning das bringt mir das, ich komm doch nicht mehr rein so, wir sind hier die Anti-Tank-Wand alter, was tut der, der schafft's fast, sich von unseren Schissen zu verstecken, alter, er schafft's jetzt haben wir endlich aber die kommen hier nicht rein, da können sie machen, was sie wollen oh, oh, jetzt kommen die Raketen von ihm auf mich aber ich will jetzt keine oh, der Sunny brennt und ich bin tot ja, der weiter soll ich dich holen? äh, nee, ich war neu, ich hatte auch keine Muni mehr ich hab schon wieder Bad-Ping Bad-Ping? Scheiße, das war der, alter 118 ja, geht noch also für die und dann alter oh, ich hab eins, eins, stimmt, weil ich ja gerettet wurde wow, und ein Kopfschuss, okay okay, der Typ zieht ne Max anstatt ne Angie hier ist er ORAXUM C4 gezündet wir haben ja viele Mossys da wir sollten vielleicht ja, okay, lasst doch den Airspec machen Sundy ist immer wichtiger dann die Mossys oh, erinnlicher Deck oh, Granate wir müssen irgendwie... ach du scheiße erstmal ne Granate rüber oh was da drüben steht, Leute das muss ich ja euch antun hier guckt mal da rüber das ist übel what the fuck da brauchst du echt... da musst du nur mit dem Ding irgendwas durchfahren ja, da machst du locker 20 kills ja ich bräuchte ein Lightning alter ne, nicht ein Lightning da brauchst du einfach ein Harasser und du brauchst die Harassers ich kenne die Schrott da drauf und dann ab die Lucy ja, richtig das ist erkannt ab die Lucy und ein Lightning Kill wieder alter ich mach hier richtig die Hatser-Killschicks also Futter wenn ich so weitermach hab ich meine... jetzt wird mich ein eigener wieder überfahren Futter, wenn ich so weitermach hab ich meine... irgendwas 30 Werfer-Kills gleich also ich hab jetzt schon 7 Stück gemacht so, ich hab wieder keine Ambo mehr ja das ist ja immer noch keiner ein Ingenier hat ja immer noch keiner ein Ingenier Butter, hast du Bock irgendwie ein bisschen... äh... ich bin... Punkte zu sammeln ja, aber richtig... ja, jetzt... lassen wir mal Lightning noch ziehen dass ich die 4 Kills mache die kann ich ja gut abfarmen und dann komme ich rüber ich drück schon wieder viermal auf Ene aber ich hab schon wieder 4.000er Ping geil ja welche denn 3 Kills machen ja, aber jetzt sind sie alle weg jetzt sind sie weg wenn ich mit dem Lightning komme wirst du mich ja auf den Arm nehmen es ist keiner mehr da niemand oder jemand wo ich töten kann hast du... nein doch, natürlich werden sie bis hier gehen versuchst mit dem 4.000er Ping immer noch mit dem Raketenwerfer funktioniert auch wir haben beide getroffen, oder? Jo der kriegt Hardschle der ist da ja, da kommt ein Ding runter der Wack hier na jetzt haben wir's gecreate ich leg mal Muni uns hin ja, die spawnt aber, ne? sobald du wieder wechselst dann nicht ja, würde ich auch sagen dann nicht ist es wieder ein Tank? ja oh geil, jetzt ist ein verwindeter Sundara zwischen meinen Schuss und den Gegner gefahren oh Dan oh, Front Chat lightning down ich hab schon wieder nur noch 3 Schuss vielleicht seit ich so langsam dann nochmal runter irgendwo wo Emmo ist kommt wieder ne Mossi auf uns zu, lass die Mossi machen hast du die drin? die BRTD da ja ja oh wenn die beide treffen, haben wir sie also meine trifft nicht, die sind wir exaktiert ja, der ist ja in den Boden gefahren der oder Sandi ich seh es aber das down und mein Schuss ging noch gegen das Haus das ist ein Brawler treffen wir den? nein aber da war auch ne Mossi grad hinter dem Brawler down da ne Mossi wieder über dem Base da muss ich sagen, das eine drüber da 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 das ist ein da du hafst oh der Base ist einer so ein ding ein was? äh Walküre ein Walküre was ist er draußen? ne gegen den Berg erflogen wird noch alles Sekunde warte ich konnte es noch ausweisen wieso jetzt mal hier direkt neben mir ist ein lightning bei uns ist einer was ich bin unten da hat auf uns an sondern gekillt das berg sind wir stehen hier oben sowas müssen wir im berg an kämpfen das mag ich gar nicht ich kann hilfe gebrochen ich bin gerade unten mag ich kann nichts anderes da aber keine raketenwerfer emmo mehr kommt das leer geschossen also müssen wir noch nicht so was sagt mein ping? oh mein ping ist endlich wieder spielbar oh man meine lip ja meine panzerbrecher auf walchen auf araxium oben ist auch saugeil meine panzerbrecher auf lightning im anderen noch so 200 auf araxium oder so so weiß ich bin ein spion da sind keine mehr da das ist ein habt ihr irgendwas zum fahrbar unterstärzen oder so irgendwas? nein aktuell nicht sollen wir ihn holen? ich kann den harry mal wieder machen ja mach mal harry dann gehe ich mal schnell klasse wechseln auf enchi und dann machen wir harry ja wir haben noch 10 minuten haben wir noch ja oder? ja bis 10? ja 10 10 ist gut aber es könnte sein dass ihr halt dann ein bisschen rumbackt wenn ich das ding vorne weil ich hab schon wieder in 400 abhängen gehabt ja das macht nichts achso 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 jetzt hab ich wieder ein hunderter keine ahnung es schwankt irgendwie zwischen 10.000 und 40 so gut 10.000 ist kaka 40 ist super wo sind die denn? auf der örtnischen talen sagen die deswegen jetzt bin ich wieder bei 1600 äh helbert oder shotgun so jetzt bin ich wieder bei 218 millisekunden ist ja wieder fast gut jetzt bin ich wieder bei 1300 wo seid ihr? wo seid ihr? oben am berg irgendwo marschelt im berg also ich bin grad hinter dir auf der straße ja ich komm komm unten links ich bin hier oben noch spawnpigen äh marcus einsteigen ich bin hinter dir so jetzt müssen wir noch den letzten hier unten können auch der spion ja leute übertreibt's ah ne das war ein gegner okay überfalle ich hab niemanden überfahren aber das problem ist durch die bugs hab mein nitro viel später eingesetzt als ich jetzt eingesetzt hab eh durch die legs aber ich hab überlebt wo bist du? boah mit nürnberg da wo du warst ne du bist du nicht ich seh dich nicht ist ja nichts doch ich seh dich du bist weg von mir nein nein du bist du nicht ach das ist doch der ist da vorne ich bin der sterne ja der sterne ist vor uns guter dreht deine verkackten ding in dich um und dann siehst du uns auch ja ich hab den auf den wegpunkt gesetzt ja das heißt es auch endlich das würdest mich so nicht gleich haben aber nicht wundern ne wir wacken ein bisschen durch die gegend so Sachen wie wenn ich nitro setze du popst jetzt ja ihr hokkutrennen wenn ich nitro setze dann kommt das irgendwie vier sekunden später und so